Zwei Männer im Krieg. Ein Aggressor. Ein Verteidiger. Erbitterte Gegner. Wladimir Putin will die Ukraine unterwerfen, überfällt das Land entgegen allen Erwartungen. Wir haben uns in einem Punkt geirrt, und zwar in der Tatsache, dass Wladimir Putin bereit ist, für seine Ziele eine massive Schädigung aus seinen eigenen Interessen in Kauf zu nehmen. Wladimir Zelensky dagegen ist in kürzester Zeit das Gesicht des Widerstands in der Ukraine geworden. Schauplatz des Kampfes ist die Ukraine. Doch die Dimensionen dieses Krieges gehen weit darüber hinaus. Der blutige Konflikt hält die Welt in Atem. Wir haben die beiden Präsidenten diesen Krieg geprägt. Und wir haben die vergangenen Monate jeden von ihnen verändert. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 löst weltweit Entsetzen aus. Wladimir Putin erteilt den Befehl und stellt den Angriff als unausweichlich dar. Die Ukraine hat er vorher wochenlang militärisch bedroht, ohne mit Präsident Zelenskyj zu sprechen. Trotz aller Gespräche beginnt Putin den Krieg, den er militärische Spezialoppositionen. Mit einer Lüge. Die Presse des Kriegs, den Er dribte den Kieler, der für den Kieler ab und geschenkt wird. Die Lüge eines Kielerischen comingst den Krieg. Und diese Rede der De-Nazifizierung über den Nazi-Regime in Kyiv ist nur für seine öffentliche Zuschauer. Natürlich ist es dumm, denn wir sind die Präsidenten. Über Jahre hat Putin den Westen abhängig gemacht von russischem Gas und Öl. Und mit vielen Staats- und Regierungschefs Vereinbarungen geschlossen. Doch aus seiner Ablehnung westlicher Werte und Demokratie hat Wladimir Putin nie ein Geheimnis gemacht. Er hat seine nationalen Grenzen und in allen Bereichen, in der Politik, in der Umwelt und in der Umwelt. Aber wer hat das gefallen? Wer hat das gefallen? Wer hat das gefallen? Daraus leitet Putin für sich das Recht ab, seine Interessen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Wenn wir auf Wladimir Putin schauen, so müssen wir festhalten, dass wir es mit einem KGB-Offizier zu tun haben, der darin ausgebildet ist und geprägt ist, in bestimmten Kategorien zu denken, nämlich die Welt im Wesentlichen in Verschwörungen zu betrachten, in Angriffen auf seine Macht, Bedrohungen seines Landes, seiner Macht und dass er sich dagegen wehren muss. Es ist Putins Rechtfertigung für den Krieg. Anders als der langjährige Herrscher im Kreml ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy vor dem Krieg international kaum bekannt. Für Putin ist er ein Niemand. Zelenskyy für Putin ist eine Figur, die mit dem Westen unterstützt wird. Es ist eine Figur, die keine selbstverständliche Meinung hat, die von den Westen sind. Wenige Stunden vor der russischen Invasion unternimmt Zelenskyy einen letzten Versuch, sich Gehör zu verschaffen. Über die sozialen Medien spricht er direkt zu den Menschen in Russland, auf Russisch. Von da an tritt der Präsident nur noch im Armee-Outfit auf, auch vor seinen Verbündeten. Wenn Sie, liebe europäische Lieder, liebe europäische Lieder, liebe europäische Lieder, Lieder der свободischen Welt, wenn Sie uns heute nicht helfen, wenn Sie 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 morgen die Kriege, dann stücke ich Ihre Tür. Quasi über Nacht wird Präsident Zelenskyy weltbekannt. Putins Strategien und Weltsicht sind schon seit längerem bekannt. Im Juli 2021 veröffentlichte er einen ausführlichen Essay. Die Hauptthese darin, Russen und Ukrainer seien ein Volk. Wenn Putin sagt, dass die Ukrainer und die Russen sind ein Volk, dann muss er nicht so, dass die Russen sind Ukrainer, sondern dass die Ukrainer sind die Russen. Er versucht, diese Identität zu reduzieren, unsere Identität, unsere Unterschiede, unser Recht auf die Unterschiede in den Kopf. Putin wirft der Sowjetunion vor, das Russische Reich zerstört zu haben. Zugleich sieht Putin Russland durch westliche Mächte bedroht. Die NATO-Osterweiterung hätte aus seiner Sicht nie stattfinden dürfen. Doch so eindeutig ist die historische Sachlage nicht. Als die zweite Runde der NATO-Erweiterung abgeschlossen ist, steht, das ist glaube ich 2004 in einer Pressekonferenz, Wladimir Putin neben dem deutschen Bundeskanzler in Moskau und sagt ausdrücklich, die Ausdehnung der NATO bedroht nicht die Sicherheit der russischen Föderation. Aber um jetzt ein Argument für diesen Krieg zu finden, wird diese alte Geschichte ausgekramt, die NATO mit ihren paar Soldaten an der Ostgrenze bedrohe die Sicherheit Russlands. Nach dem Überfall auf die Ukraine sieht das Drehbuch des Kreml etwas anderes als einen schnellen Sieg nicht vor. Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre erfüllen Putin mit Zuversicht. Als er 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, erscheint die Ukraine komplett wehrlos. Ihre Verbündeten halten sich zurück. Putin ist auch die Macht hinter den russischen Separatisten, die in der Ostukraine die Gebiete Luhansk und Donetsk kontrollieren. Drei Tage vor der Invasion im Februar 2022 unterzeichnet Putin ein Dekret zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken. Putin ist völlig überzeugt, dass der Westen das alles beherrscht, und er wird das, was er will. Putin rechnet mit einem raschen Sieg. Er glaubt, die Ukrainer würden auf ihre Befreiung warten. Er wird die Militär-Bereich beherrscht, auf eine Befreiung der Befreiung in vier Wochen. Er war sehr behauptet, mit seiner Ideologie-Bereich. Er glaubt, wirklich. Ich denke, die ganze Problem mit dem, mit dem, mit der Befreiung zu den Krieg war, war Putin's isolation. Er war mit ein paar like-mindeden Korte. Sie reinkommen sich, und sie alle kommen von den Spie-Netzungen. So, sie haben das sort of mentality. Er war nicht mit der limiteden Nummer von Ukrainian Experten in den Kremlin. Putins Gegenspieler Selensky scheint in vielerlei Hinsicht wie ein Gegenentwurf zum russischen Präsidenten. Es ist sehr wichtig, dass Selensky ein молодes Puhl mit Putin. In der Regierung in der Ukraine sind jetzt 40-jährige Leute. Leute meines Kindes. Leute, denen es während der Ausflug der SRF 10, 11, 12, vielleicht 15 Jahre. Und deswegen kann man mit ihm sprechen. Das ist sehr wichtig. Selenskys Weg in das Präsidentenamt ist außergewöhnlich. Ein Komiker und Schauspieler, der in der Serienrolle eines fiktiven Präsidenten berühmt wird. Selenskys Präsidentschaftskampagne wird von dem Oligarchen und Medienmogul Ihor Kolomoisky finanziert. Einem Mann, der der Korruption beschuldigt wird. Kolomoiskys Unterstützung für Selensky und dessen Fernsehpopularität verhelfen ihm bei den Wahlen im April 2019 zum Erfolg. Ich habe in einem letzten Gespräch, das ich mit Wladimir Putin im Juni 2019 hatte, ausdrücklich auch über Volodymyr Selensky gesprochen. Und seine Antwort kam sozusagen wie aus der Pistole geschossen. Abfällig über Volodymyr Selensky. Und dann kam, wir sprachen Deutsch, ein Ausdruck, den ich hier nicht wiederholen will. Das heißt, die Sicht war ganz klar, es ist an dem jungen Mann im Nachbarland auf uns zuzugehen. Wie käme das große Russland dazu, sich um so jemand anderen zu bemühen. Mit Beginn der Invasion nimmt Selensky eine neue Rolle an. Die Führungsrolle als Präsident im Krieg. Selensky beherrscht den großen Auftritt. Er versteht, wie man Menschen emotional berührt. Und anders als Putin weiß er die sozialen Medien für sich zu nutzen. Selensky führt auch mit dem Smartphone. Ja, ich bin hier. Wir werden keine Wälder machen. Wir werden unsere Lande beschädigen. Wir haben sofort gesehen, wie er sich begonnen hat. 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 Doch es wird befürchtet, Selensky könne von russischen Kräften gefangen oder getötet werden. Die USA bieten an, den Präsidenten auszufliegen. Selenskys Antwort. Ich brauche Munition. Keine Mitfahrgelegenheit. Putins Hoffnungen auf einen Blitzsieg über die Ukraine erfüllen sich nicht. Im Norden, Süden und Osten der Ukraine stoßen Putins Truppen voran. Die Hauptstadt Kiew fällt aber nicht. Selensky bleibt im Land. Zum ersten Mal erscheint Putin als Taktiker, der Fehler macht. Er interpreter parcackt sich nicht oder nicht. Er frustrated dabei ist wie sie zu machen. Er wusste nicht, wie das gerade leggert, nach Michael Course Twilight liegt. Er wusste nicht, wie es irgendwie war. Schmer disability, er sich nahm calculus tut. Er langs guardians, unterschüt ayte mich Tôi. schmercht nach vorne und er es so blöd zu sein. Er BRico wie war das Es Gefängnis Ai Reichen. Nein! Das leibe! In Russland warten weitere Schwierigkeiten auf Putin. Trotz breiten Zuspruchs lehnen viele den Krieg ab. Und anders als bei Zelensky richten sich Putins Botschaften auch gegen sein Volk. Ich glaube nicht, dass Putin nie benutzt die Worte von der Gesellschaften und Detoxifizierung in den 22-23 Jahren seiner Presidenziert wurde. Während Putin Schwäche zeigt, nutzt Selenskyj die internationale Bühne, um der Welt vor Augen zu führen, was seinem Land widerfährt. Seine Reden sind emotional und zweckgerichtet. Selenskyj beschwert die Fähigkeit der Ukraine zur Selbstverteidigung und fordert zugleich internationale Waffenhilfe. Das ist eine Realität. Alle diese Menschen, das ist ein wirkliches Leben. Und Sie wissen, ich glaube, dass wir heute aus dem Wert, für die Freiheit, 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 so wie Sie. Der Westen reagiert. Mit Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Selenskyjs Botschaften sollen nicht nur Politiker erreichen. Er sucht auch eine andere Zuhörerschaft. Und findet sie. Im Sommer tritt Selenskyj virtuell auf den Bühnen von Film- und Musikfestivals auf der ganzen Welt auf. Ich glaube, dass sie sich über die Freiheit, für die Freiheit, für die Freiheit immer wieder überwinden. Ich glaube, dass sie sich über die Freiheit und die Freiheit überwinden. In der frühen Phase des Krieges muss Zelensky erst in seine neue Rolle hineinwachsen. Soll er mit Putin einen Kompromiss aushandeln? Die Grenzen seines Landes neu ziehen? Im April entscheidet Zelensky nicht mehr auf Gespräche oder Verhandlungen zu setzen. Der Grund, in den Orten, die Putins Truppen beim Vorstoß auf Kiew vorübergehend besetzt hatten, gibt es unübersehbare Zeichen von Kriegsverbrechen. Selensky besucht die Orte und zeigt sich erschüttert. Nach bekannt werden der russischen Gräueltaten spricht Zelensky vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ständige Mitglied Russland dürfe nicht ungestraft davon kommen, für das, was er als die schrecklichsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Oder rausnehmen Russland als agressor und ein Teil der Kriegsverbrechen von der Kriegsverbrechen von der Kriegsverbrechen. Russlands Delegation gibt sich ungehörig. Wie der brutale Krieg, den Wladimir Putin den Russland gegen die Ukraine führt, international gesehen wird, ist der russischen Führung meines Erachtens herzlich egal. Selensky reagiert per Videobotschaft. Am 9. Mai attackiert er Putin direkt aus Kiew. Das Video wird nur wenige Stunden vor Russlands Feier zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland veröffentlicht. Für den Präsidenten hat Zelensky nur Spott übrig. Die Menschen sprechen, als ob nur Russland gegen die Nazi-Deutschland veröffentlicht. Ukraine fought the Nazis as well in the same war. So it was quite natural for Zelensky to go back to the meaning of the war that ended in 1945. I think by this time you're starting to get a feel of the sort of genocidal aspect of the Russian project. Not in the sense of mass murder, but have tried to eliminate Ukrainian identity and replace everything Ukrainian with Russian, whether it's currency language or whatever. Doch der ukrainische Präsident hat nicht nur die Aufmerksamkeit des Westens. Der Krieg hat Zelensky eine Art Heimvorteil verschafft. Er ist sichtbar. Jeden Abend wendet er sich persönlich an sein Volk. Ich denke, dass es der Wettbewerb ist, wie lange diese Wettbewerb wird. Aber wir machen alles, um, dass wir unswärts freundlich sind, um unsere Lande zu nehmen. Das ist unser Priorität. Wir arbeiten jeden Tag, damit die Wettbewerb war so, dass die Wettbewerb war. Ich glaube, dass die Wettbewerb der Wettbewerb ist, dass die Wettbewerb werden, um die Wettbewerb zu reduzieren. Das ist die Wettbewerb der Wettbewerb zu reduzieren. Das ist die Wettbewerb der Wettbewerb des Wettbewerb des Wettbewerbs. Die Distanci zwischen dem Liedern und der Nation. Und das ist eine radikalische Veränderung mit Putin, weil Putin radikalisch diese Distanci radikalisch erhöht. Wir können es sogar visuell sehen. Selensky ist so beliebt wie nie zuvor. Doch könnte diese Ein-Mann-Show zur Gefahr werden? Ich denke, dass die politische Leben in der Ukraine wirklich normalen politischen Leben sind. Und das kann eine sehr schlechte Nachfolge haben. Seit Kriegsbeginn sind alle wichtigen ukrainischen TV-Kanäle in einem Nachrichtenprogramm, dem sog. TV-Marathon, vereint. Oppositionsnahe Sender wurden geschlossen. Kritiker warnen vor dem neuen Mediengesetz, das dem Präsidenten zu viel Macht einräumen würde. Das ist ein Wunscher. Wir haben keinen обычigen politischen Talk-Show, wo es funktioniert, wo es eine Konkurrenzierung ist. Und wenn dieses politische Prozesse in den Medien gibt, dann wird es in der Realität nicht in der Zeit. Und so, bei Zelensky nicht mehr Konkurrenten. Und ich denke, dass das vielleicht in den Zeiten des Krieges sind. Selenskis Versuch, die Presse zu kontrollieren, erscheint jedoch harmlos im Vergleich zu dem, was in Russland passiert. Hier hat Putin Bestimmungen in Kraft gesetzt, die jede Kritik am Krieg verstummen lassen sollen. Selbst der Begriff Krieg wird verboten. Journalisten müssen Putins Spezialoperation unterstützen oder mit drastischen Strafen und mit Inhaftierung rechnen. Ein interner Machtkampf bleibt Selenskyj erspart. Der Krieg hat die Macht der ukrainischen Oligarchen geschwächt. Zu sehr sind diese damit beschäftigt, ihr eigenes Vermögen zu schützen, anstatt Einfluss auf die ukrainische Politik zu nehmen. Selenskyj hat sich von seinem früheren Gönner Ihor Kolomolskyj distanziert, dem Mann, der seinen Weg an die Spitze finanziert hat. Der Präsident hat eine weiße Weste. Das zumindest will er seinem Volk vermitteln. Nach Wochen blutiger Kämpfe gelingt Putins Truppen die Einnahme der Großstadt Mariupol, einer strategisch wichtigen Hafenstadt. Im Südosten der Ukraine. Putin kann sich jetzt rühmen, dass Russland ein Fünftel des ukrainischen Territoriums kontrolliert. Und dann haben wir angefangen, dass Putin sehr viel glaubt, dass Russland ein Fünftel wäre, dass Russland ein Fünftel wäre, dass Russland ein Fünftel wäre. Und dass Russland ein Fünftel wäre, dass Russland ein Fünftel wäre. Russland ein Fünftel wäre, Putins Rechnung geht nicht auf. Im September startet die Ukrainer eine überwältigende Gegenoffensive im nordöstlichen Gebiet Rakiv. In der ersten Septemberhälfte erobern Zelenskys Truppen 8000 Quadratkilometer zurück. Zelensky besucht die befreite Region und gratuliert seinen Truppen. Aufnahmen, wie man sie von Zelenskys Gegner kaum sieht. I think the fact that Putin never visits the front line, that he hasn't actually really visited his troops apart from these very carefully choreographed, selectively carefully chosen group of troops is a sign of just how fearful he is for his own safety. He knows he can't risk essentially being out in the open. Die Freude über die ukrainischen Erfolge wird jedoch getrübt, als neue Beweise für weitere russische Kriegsverbrechen auftauchen. In der Stadt Izium sollen hunderte Einwohner gefoltert und getötet worden sein. Auf einem Gipfeltreffen in Usbekistan muss Putin sich gegenüber Chinas Präsident Xi Jinping erklären. Der Gipfel liefert noch mehr unglückliche Bilder für den Kreml-Schiff. Die Gesprächspartner lassen Putin warten. Indiens Premier Narendra Modi tadelt ihn beim gleichen Treffen öffentlich für seinen Angriff auf die Ukraine. Wir haben nicht mehr, sondern wir haben nicht mehr, sondern wir haben die Demokratie, die Diplomation und Dialog. Wir haben alle die Menschen, die Welt zu vermittelt. Ich denke, dass es ziemlich unbezüglich ist für Putin, weil, собственно, dass Russland keine Mitglieder haben. Und die Unterstützung der Kanzlerin und der Indien für ihn war sehr wichtig ist. Und hier haben beide Autokrata gesagt, dass sie dieser Krieg nicht glücklich sind. Ja, es war so ein Putscher, Putin. Putin hat noch ein anderes Problem. Er braucht mehr Soldaten und muss eine Teilmobilmachung ausrufen. 300.000 russische Reservisten werden neu eingezogen. Er wollte überhaupt keine Mobilität machen, weil in den letzten 6-7 Monaten die Idee war, dass die Armee führt, dass die Krieg in der Ukraine war, die meisten Russen nichts weiß. Die Verantwortung für die Mobilisierung schiebt Putin ab. Plötzlich geht es nicht mehr darum, die Ukraine zu unterwerfen oder nicht mehr nur, sondern es geht darum, Russland zu schützen. Mit der umfassenden Propaganda und den Instrumenten, die er in der Hand hat, kann er das der Bevölkerung immer wieder verkaufen. Dazu gehört auch die Androhung atomarer Gewalt. Seit Monaten halten russische Truppen das ukrainische Kernkraftwerk Saporizhia besetzt, Europas größte atomare Anlage. Sechs Reaktoren unmittelbar an der Frontlinie. Und Putin selbst denkt offen über den Einsatz von Atomwaffen nach. Ich glaube, es ist sicher, dass er präsentiert wird, um, dass NATO zu stoppen, um, dass NATO direkt auf der Ukraine verabschiedet ist. Das ist warum, um, no-fly-zone mit Amerikanern über die Ukraine zu verabschieden, um, weil es funktioniert. Im Herbst spricht Zelenskyy per Videoschalte vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, attackiert erneut seinen Gegner. Ukraine wants peace. Europa wants peace. The world wants peace. And we have seen, who is the only one, who wants war. There is only one entity among all UN-member states who would say now, if he could interrupt my speech, that he is happy with this war. With his war. Zelenskyy stellt auch seinen Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland vor. Er fordert mehr Waffenhilfe und von Russland die Rückgabe aller besetzten ukrainischen Gebiete. Russia will be forced to end this war. The war, it has started. I rule out that the settlement can happen on a different basis than the Ukrainian peace formula. It was a very heavy speech, like for me, when he said, why Ukraine wants to return its territory. It's not a question of resources, it's a question of the fact that on every occupied territory we know that there are acts of genocide and military crime. He stuck to his message, which is, we need support, you must give us support, and he hasn't relented on that. But he never suggested doubt about the ability of Ukraine to prevail, and that's been important because the ability to sustain that international support has depended on confidence that if this support will be worthwhile, As Reaktion auf die ukrainische Offensive finden in den vier besetzten Gebieten Donetsk und Luhansk, Saporizhia und Kherson, Volksabstimmungen über einen Beitritt zur Russlandstadt. Die Referenten sind jedoch nicht repräsentativ, da fast die gesamte ukrainische Bevölkerung vor Ort geflohen ist. Die Ergebnisse sind wie erwartet. Alle vier Regionen stimmen für einen Anschluss an Russland. International anerkannt wird das Ergebnis nur von vier Ländern, darunter Putins Verbündete, Nordkorea und Belarus. In Moskau dann ein Fahnenmeer für die Annexion. Putin lässt die neuen russischen Gebiete feiern. Für ihn ein wichtiger Sieg. Das ist ein wichtiger Sieg. schon am Tag nach der Feier wendet Putin sich wieder einem seiner Lieblingsthemen zu. Der angeblichen Verkommenheit des Westens. Die Diktatur der europäischen Eliten ist gegen alle Gesellschaften. Es ist ein volles Vergnügen von Menschen, an der Vertrauen der Vertrauen und die Traditionen. Die Veränderung der Freiheit bekommt die Strecke des Religions, auf der andere Seite, der Satanismus. Natürlich hat er eine Monopole über die Medien, über TV. Also, ein bestimmtes Teil der Bevölkerung wird das wahrscheinlich glauben, Die Landgewinne und die Hetze gegen den Westen können die zunehmenden Schwächen auf dem Schlachtfeld nicht verschleiern. An seinem 70. Geburtstag im Oktober ernennt Putin einen neuen Kommandeur für die russischen Truppen in der Ukraine, General Sergej Sorowikin. Nicht einmal vier Monate wird er auf seinem Posten bleiben. Insgesamt ist mein Eindruck, dass dieser Krieg unverändert von einem Mann bestimmt wird und das ist der russische Präsident. Das russische Militär ist weiter Vollzugsgehilfe seiner Pläne. Am selben Tag erhält Putin einen Vorwand zur militärischen Eskalation. Russlands Kerchbrücke zur Krim-Halbinsel wird von Raketen getroffen. Für Putin ein terroristischer Akt der Ukraine gegen sein Vorzeigeprojekt. So the Kerchbrücke attack was clearly an embarrassment. He was clearly annoyed by it because the Kerchbrücke had been his project. And it's actually quite important if you want to keep Crimea going. Zwei Tage nach dem Angriff lässt Putin zurückschlagen. Quer durch die Ukraine schlagen Raketen ein, auch im Zentrum von Kiew. Putin will die Moral der ukrainischen Bevölkerung brechen. Selenskyj seinerseits klagt den russischen Terrorismus an und ruft seine Verbündeten dazu auf, die Raketenangriffe zu verdammen, die für die Bevölkerung zunehmend Kriegsroutine werden. Putin gibt sich weiter unbeeindruckt und behauptet, die Ukraine bereite eine schmutzige Bombe vor. Die Bombe-Salle, mein Gott, was ihr wollt mit einer Bombe-Salle? Wenn ihr ukrainisch seid, und natürlich, wenn ihr diese Belegungen in einem bestimmten Moment gemacht habt. Für ein paar Stunden, muss man aber auch die Belegungen in den Ausführungen kommen kommen. Aber es geht nicht um die Belegungen in den Ausführungen. Es geht um, wieder aufzuhalten und zu machen. Bedeutung ist, in der KGB-Salle, eine discipline. In fact, it was quite a dangerous claim because some feared that this could mean that Russia itself, that Putin himself was preparing a provocation, that he was preparing a dirty bomb, which he would then blame on the Ukrainians. Fortunately for all of us, the West can now quite clearly see through these tactics. So essentially Putin's bluff was called and thankfully nothing happened. Putin signalisiert, er sei bereit für Verhandlungen, aber nicht mit Zelensky. Er will Gespräche nur mit dem Westen. Für Putin's Westen ist USA. Für ihn gibt es Europa in geopolitisischem Sinne. Ni Francia, ni Germania nie представляют собой сегодня, по крайней мере, полноценных субъектов geopolitanического процесса. Они все находятся под влиянием Соединенных Штатов, поэтому, когда речь заходит о том, с кем разговаривать, то для Путина вопрос имеет однозначный ответ с Вашингтоном. Путина Граунд в仕様 Время в Европе славян Сргей Шоиды Русский Граунд Граунд Путина Время литра Время народ oder unfähigen Beratern und Vollzugsgehilfen umgeben ist, denen alle Schuld am Ende zuzuweisen ist und man immer sagen kann, ja, wenn der Zar das gewusst hätte. Und der Zar ist doch eigentlich gut. Das merkt man die ganze Zeit, dass dieses Bild sozusagen immer weitergesponnen wird. Und dass er deswegen größtmöglich versucht, nicht unmittelbar mit besonders negativen Nachrichten in Verbindung gebracht zu werden. Das erkennen wir hier deutlich. Dann erreichen Zelenskys Truppen das südukrainische Khason. Zwei Tage später besucht der Präsident die Stadt. Putins Antwort bleibt aus. Um den Präsidenten ist es stiller geworden. Am Ende des Jahres 2022 sind die Opferzahlen immens. Die USA schätzen, dass auf beiden Seiten jeweils weit über 100.000 Soldaten getötet oder verwundet wurden. Russland und die Ukraine halten sich aus Sicherheitsgründen mit Angaben zu ihren Verlusten zurück. Nach UN-Angaben beläuft sich die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge auf fast 8 Millionen. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Putin stimmt in seiner Neujahrsansprache Russland auf einen langen Krieg ein. Die Europäische Russlands von Donbass wurde. Es war sehr stark, dass ein bisschen eine Militärisierung der Gesellschaft. Wenn man die neue Weihnachtsgarten auf einen solchen Nachbanken hat, da gibt man nur eine konklusion, die man kann sich erstellen. Und es war einfach ein signifizierend, dass Putin nicht wenn es endend wird. Und er zählt auf die Russisch, die die schwersten, zu schützen, Putin denkt nicht daran, nachzugeben. Über einen Waffenstillstand will er erst verhandeln, wenn die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete anerkannt werden. Das wird die Ukraine nicht akzeptieren. Welche Chance gibt es also, diesen Krieg zu beenden? Können Russland und die Ukraine einen Kompromiss finden? Es ist möglich, dass es eine Begründung ist, die uns in Begründung ist, von einer Incoherenten Teil der Ukraine. Aber es gibt keine Begründung, dass die Ukraine überhaupt nicht akzeptieren. So, auf der einen Seite, Putin kann es nicht gewinnen, auf welchen Begründungen zu beenden. wie er beschreibt. Auf der anderen Seite, er kann nicht Begründung zu beenden. Denn Begründung zu beenden bedeutet, dass es eine Begründung ist. Wie fest sitzt Putin noch im Sattel? Bröckelt seine Macht? So, er ist wirklich in einer sehr fragilen Situation. Und für die erste Mal in seiner gesamten Presidenz, und ich habe seit 23 Jahren auf Putin reportiert, ist, people are talking openly about who will succeed him, what could come next. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Führung, und da schaue ich selber vor allem auf das Militär, die zu dem Schluss kommen, das ist so zu Russlands Nachteil, das bringt uns so wenig Vorteil, lass uns den Präsidenten auswechseln. Während der einst unantastbare Präsident Putin Schwächen zeigt, hat Präsident Zelensky die Erwartungen mehr als erfüllt. Wir sind bereit für das Begründung. Das ist, warum jeder von uns hier ist. Ich hier. Wir hier. Wir hier. Wir hier. Wir hier. Wir hier. Wir hier. Das ist Ukraine. Das, wie er sagt mit Menschen, das, wie er sich bewegt, das, wie er sich bewegt, zeigt, dass ich jeden von Ihnen. Aber nicht als Ihr leader, sondern als ein Mensch, der in sich etwas in sich das, was die Nation und die Gesellschaft macht. Es liegt auch an Zelensky, dass sein Land geeinter erscheint, als jemals zuvor. Wir werden nicht auf den Bunt, wie Putin betrifft, und protestieren gegen Zelensky. Denn Zelensky und wir sind die einzige Kommanda, die mit der russischen Föderung kämpft. Zelensky und Putin. Verhandlungen, sagen beide, werde es nicht geben, solange der jeweils andere noch im Amt ist. Für Diplomatie scheint es im Moment keinen Raum zu geben. Düstere Aussichten also für einen Frieden. Ob Putin das Ziel seiner Aggression erreicht oder Zelensky sein Land erfolgreich verteidigen kann, dieser Krieg wird das Schicksal Russlands und der Ukraine, aber auch die künftige Ordnung der Welt auf Jahre bestimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017